Willkommen zurück zum Splatoon 2 Splatfest vor Release. Das Spiel kommt am 21. raus. Ja, die Rolle machen wir noch mit B. Genau das ist mir noch hemmig geblieben. Und ich muss sagen, ich spiel jetzt gar nicht mehr mit X. Nee, spiel ich nicht mehr. Ich bin aber der Wenigen. Ich bin leider der Wenigen, dass sie schon umgewöhnt hat. Willkommen her. Aber ich hab keine Zinte mehr, ich hab gar nichts, ich bin gehascht. Ja, genau. Das war so klar. Das war jetzt so klar, dass sie mich mitnehmen und auf ihre Kehlliste packen. Äh, das war so klar. Aber eigentlich nicht. Ja, okay. Okay, mit der Farbe. Genau. Aber jetzt sag ich dich. Trag den auf dich. Das darf doch nicht wahr sein. Du Hütter. Du Hütter. Ach, komm schon. Als ob. Als ob mich der noch erwischt. Ich hab ja gar nicht gefärbt. Juckt nicht. Juckt nicht. Juckt nicht. Juckt nicht. Juckt sie nicht. Aber dann fährt der immer ein bisschen schief. Okay. Okay. Genau. Äh. Ist klar. Ja, der Volet. Genau. Weg. Oh nein. Die haben ich doch nicht. Geil. Und drüber. Ja, ist klar. Könnt euch jetzt auch mal beruhigen. Egal. Ja. Also wenn wir das jetzt verlieren. Weiß ich auch nicht. Wenn wir das jetzt noch verlieren. Das haben wir sowieso schon mal. Okay. 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 Ich lasste vollkommen. Ja. Aber das musste jetzt sein. Die gehen nur auf mich. Immer gehen sie nur auf mich. Gucken wir, ob das in der nächsten Runde aus ist. Ist das genau dein Witz? Soll das ein Witz sein, Nintendo? Really? Immer wenn diese Map drankommt, dann spiele ich gegen das eigene Team. Immer wenn diese Map drankommt, spiele ich gegen das eigene Team. Ja, ganz wenig Tinte kann man sie aufladen. Aber man verliert mehr. Aber. Oh. Wacky, wacky, wacky. Alles klar. Alles mit Sicherheit. Das ist Kerman. In dem ganzen Tag. Ich seh. Woher kommst du ihn jetzt an? Ja. Woher kommst du ihn jetzt an? Ja. Genau. Woher kommst du ihn jetzt? Ja. Genau. Ich hab' ich. Hallo, Leute. Wer ist weg von hier? Ok, sogar noch zwei im Radius. Egal, haben sie noch nicht so teilgefährt. Aber besser für uns. Ja, bin ich verrückt? Bin ich eigentlich verrückt? Ja, was erwarte ich mir denn auch? Dass ich ein Leben wieder rauskomme und den Kill mitnehme? Nee, nee, dann werde ich schon gekillt. Schau, wenn ich jetzt nach links drücke, ich mache jetzt die Rolle nach links. Dann neigt sich der nach links, macht die Rolle nach rechts, warte jetzt. Neigt sich der nach rechts. Ja, je nachdem wie ich es gerade halte, wie gerade die Position ist, schieße ich da noch rüber. Ja, das finde ich geil. Es ist für mich, es wird geteilt. Ja, wir werden es gewonnen. Das macht schon mal gut. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich weiß. Es ist ja nicht so weit, ich werde als Sie jetzt mal machen, ich werde. Oder? Also? Und ich werde es jetzt mal kümmern. Und ja, ich werde es jetzt wieder kümmern. Ja, und muss man sich auch noch die Szenariken gucken von den neuen Maps, weil mich interessieren wie die im neuen Team aussehen, sich die ins Spiel integriert haben, aber normalerweise bei der Waffe finde ich das auch doof, dass man die Rolle genau mit B macht, wo man doch genau mit B springt. Deswegen mit X rufe ich ja die K drauf. Und wenn ich jetzt A drücke oder Y, dann tut sich nichts. Ich meine Y, ja, wenn ich jetzt so mache, dann drehe ich mich in die Richtung. Und hier war Wasser, das habe ich voll übersehen. Ist nicht bei meiner Capture oder kommt das falsch über dem Spiel. Weil wenn dann bis das nächste Mal sterbe, dann muss ich aufpassen. Komm. Jetzt sterbe ich. Ach, das ist ja nur beim Hund da fallen, genau. Äh, naja. Ja, aber wenn ich mich halt kurz fallen will, dann noch mal runter fallen lassen. Wenn es schon unbedingt notwendig ist. Äh, oi. Da sind schon die ersten Leute auf dem Kalligraf, wie der Kalligraf, der Kalligraf. Jetzt dann mal die Aufnahmesession vorbei. Und dann gucke ich mir noch ein paar Dino, Ambition an. Ein paar Youtuber an. Ja. Ziehe ich mir da noch rein. 5фロ. Genau. Wir verlieren, wir verlieren, wir verlieren. Ilya. Tja. Was willst du machen? Kannst du nur eines machen? Ich würde sagen... Nein. Wir haben jede Waffe getestet. Ich bringe dann auch zu jeder Waffe eine Folge raus. Und ja... Nein, den habe ich auch noch. Wir haben auch kein Geld dafür. Ich habe mich hier noch gar nicht umgeguckt. Umgucken möchte ich mich mal weiter zeigen. Und zwar, hier ist ja der Turm. Ihr seht den Turm hier hinten. Den Turm. Der Turm ist ja noch von Splatoon 1. Jetzt frage ich mich... Ist jetzt nur eine Theorie. Ich nehme jetzt die Zeichnung rein. Wenn wir dann hier in die Story kommen, ob es irgendetwas damit auf sich hat. Oder nicht. Und das... Fängt mir aus. Die sind... Alter... Schildkröten oder sowas. Was? Ich habe ohne es. Ich habe ohne es. Äh... Nein. Nein. Ich hoffe, die Story hat zumindest was ich denke. Aus meiner Theorie. Kommen wir dann irgendwann wieder ins Alte in Kuhlis zurück. Wäre das nicht was für euch. Und er sagte dazu... Nee, nee. Nie wieder zurück. Aber laut dem... Weil wir haben ja den Turm hier. Einen Turm. Hier hinten. Laut dessen haben wir sagen, müssten wir eigentlich... Irgendwann entfernen. Vielleicht das Platon 3 wieder hier hinten. Bitte. Bitte nur. Weil... Iola ist so weg, wie wir wissen. Die wurde an... Ich vermute mal, die wurde irgendwie geflaucht. Von den Obterlingen. Und... Iola hat auch... Berna und Marie... Marina... geschickt. Damit sie es übernehmen. Damit sie ihre Vertreter machen. Damit sie... ...Livona Ioli suchen kann. Und dann alles wieder beim Algen ist. Zumindest schätze ich, dass... ... die beiden... ... auch immer noch verschwinden. Und dann nimmt man immer wieder weiter und weiter und so. Könnte ich noch Stunden drüber zählen. Aber okay. Wir wenden den Part jetzt. Und wir sind uns dann in der Vollversion von Splatoon 2. ... zuhören. Und dann... ... zuhören. ... ... ... ... ...